Willkommen zu einer weiteren Folge MarioMega2 hier auf meinem Kanal und heute spiele ich ein oder zwei Level von RetroKey. RetroKey ist ein Twitch-Streamer, würde mich freuen, wenn ihr ihn auch mal besuchen würdet auf seinem Kanal. Einfach twitch.tv slash RetroKey. Dort wie es auch hier in der Levelbeschreibung steht. Probieren wir das Level aus. Drei haben es geschafft von 900 versuchen. Ich glaube nicht, dass ich das schaffen werde, aber wir geben dem ganzen ein bisschen. Okay. Sollste ganzen skillbasierten Level kann ich nicht. Oh Gott. Ich bin nicht gut in sowas. Dankeschön. Ja, wir müssen jetzt da rüberkommen. Ah, okay. Ich verstehe. Ja. Ach nein. Das ist ein Trauerspiel. Da wird jetzt mal wieder jemand was zu lachen haben. Ich wette, ich kriege über WhatsApp wieder irgendwelche Sprache. Ach, irgendwelche Nachrichten, dass ich schlecht bin. Oh Mann. Oh Mann. Komm nicht vorwärts. Ja. Ey, 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 ey. Ey, ey. Boah, diese schwammige Kacksteuerung von diesem Kack 2,5D Marius. Ja, ich spiele Mario 3D World und Super Mario Bros. Also New Super Mario Bros. Sehr, sehr ungern. Weil die halt einfach nicht gut sind, die Spiele. Oh, jetzt habe ich einen heiligen Gral von Nintendo verletzt. Jetzt hoffe ich, dass ich nicht von den ganzen ähm, von der Nintendo-Polizei verhaftet werde. Digga, das kannst du nicht ernst machen mit dem Level. Was ist denn das für eine Scheiße? Alles klar. Alles klar, alles klar, alles klar. Ach komm, zu kurz gesprungen. Nee, gefällt mir gar nicht. Wie denn? Alter! Alter! Okay, hier muss ich stehen bleiben. Wenn Mario nicht so dumm rutschen würde bei jeder Gelegenheit, wie auf Eis, würde das vielleicht auch klappen gleich. Ach, leck mich doch. Oho, willst du mich verarschen? Warum? Jetzt, komm! Fuck you! Vier Sekunden wären noch übrig gewesen. Das hätte ich doch niemals ins Ziel geschafft, so. Nö! Komm, mach schneller! Boah, wie mich das aufregt! Alter, ich komm hier nicht mehr runter, weil ich Panik hab! Geh weg, Bowser! Wo sind die Münzen? Boah! Spring! Mann, ich bin davon ausgegangen, dass Bowser jetzt springt. Ach, was mach ich denn hier schon wieder für ein Mist? Egal, weiter. Noch ist ja nichts verloren. Wenn dein zweites Level auch so scheiße ist, dann werd ich aber sauer. Also, dein Level ist ja nicht scheiße. Ich bin nur zu doof dafür, weil mir der Skill einfach fehlt. Also verzeih mir bitte, wenn ich dein Level als scheiße betitle. Es ist definitiv nicht scheiße. Es ist einfach nur sehr schwer. Ja, mir fehlen noch zwei Münzen. Ja, Zeit ist abgelaufen und damit auch die Zeit fürs Level. Ähm. Du kriegst trotzdem natürlichen Like. Weil das Level, wie gesagt, es liegt ja nicht am Level, es liegt ja an mir. Ähm. Wow. Nächster Level von ihm. So, H. 4F. N16. Und XWF. Oh, wow. 187 Versuche. 3... 1,6%. Ja, Retro... Äh, RetroKey. Ähm. Ich glaub, du magst sowas, ne? Leute. Zum Weißgut bringen. Wieder 15 Münzen einsammeln. Digga, was ist... Was ist falsch? Wieder unter Zeit. Ah, Mann. Fick dich, Cheep, Cheep. Au. Und ich knall immer mit meinem Knie gegen die blöde Schranktür. Ja, das tut weh. Wo ist denn ich? Nee, ist da da. Wetten, hier sind auch wieder zwei Münzen irgendwie einfach nur versteckt. Ach, komm, ey. Das ist Game Design aus der Hölle, wirklich. Jetzt verpiss dich doch, du blöder Kackfisch. Nein. Geh weg. Du Cheep, Cheep. Wow, wenn ich nicht so... Warum? Weil diese Bewegungsmuster... Oh, wir bewegen uns in einer Richtung, aber wir machen es jetzt wie ein Auto auf der Autobahn. Wir machen einfach ein 360 und drehen. Diese blöden, verdammten Tintenfische hier. Und diese... Da bin ich zu tief gewesen. Geh weg. Da hoch. Nein! Boah, Retro, ich hasse dich gerade. Nein, 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 nein. nein, 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 mein Freund. Du bist mir ein bisschen was zu schnell hier gerade. Jetzt schwimm doch nicht drüber vorbei! Ah, ah. Kack, Viecher Sammler, alle 15 Münzen 10 hätten ja nicht gereicht Ist ja nicht schon schwer genug, die Scheiße hier Alter, nein Geh weg von mir, du blöder Kacktintenfisch Tut nicht so, als wenn du mein Freund wärst Du würdest doch alles Warum? Warum drehst du dich gerade in dem Moment? Boah, meine Nerven Ich will doch nur Mario Maker spielen Ja, 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 wir wissen es, du magst mich nicht Wow, das war close Ich hab Hunger Leck mich doch am Arsch, ey Ach, die kommt schon Diese blöden Quallen, ey Ich wundere uns, dass die kein Laser schießen So scheiße wie hier alles ist Also sorry, dein Level ist nicht scheiße Aber ich reg mich einfach nur auf gerade Verflucht Ja, wir wissen es Da runter Da, dann hier hoch Dann diagonal runter Dann am besten hier hoch Und wieder Gegen die Qualle Retro Das ist dein Ernst? Meine Level sind sadistisch Ja, aber deine Level Alter Verwalter Alter Verwalter Ja, genau Ach komm, ey Wie soll ich denn blind denn ausweichen? Ah Geh weg Blöder Kack Mistfisch Du blöder Tintenfisch Guck, dass du wegkommst von mir Ich will nicht mit dir spielen Oh, nee Da sind gerade meine Batterien vom Controller leer Ich muss das Level leider beenden Und damit auch die Folge RetroKey Du hast da Echt ein paar richtig fiese Level reingebaut Ähm Ja Bin trotzdem froh, sie gespielt zu haben Du hast mich zur Weißgut gebracht Aber alter Das war Das ist wirklich sehr, sehr hart Wie dem Wasser Ich bedanke mich fürs Zuschauen Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen Lasst gerne ein Like Da Und vergesst nicht RetroKey auf Twitch zu folgen Und auch auf Twitter Ja Ich bin damit raus Und nochmal RetroKey Es ist Nichts gegen dich Ich bin einfach nur Sehr aufbrausend Damit Jetzt endgültig Das war's